Ich bin doch in der Wilderness. Bald ist Oster, ich freue mich drauf. Oh, okay. Gibt es da was Schönes bei euch? Oh, mir ist so warm eigentlich. Also so richtig warm warm. Mino ist wieder voll auf Erkundungstour. Ich fahre. Was? Ressourcen. Das finde ich gut, Mino. Dankeschön. Du bist der Beste. Ich weiß. Was heißt kriegen, Kevin? Und welches Spiel kriegst du denn? Steff. Was denn? Mach das nicht. Wie, was macht das nicht? Also mittlerweile habe ich das Gefühl, ich habe grammatechnisch, äh, grammatiktechnisch einen Erziehungsauftrag. Das ist Rechtschreibung. Oder Rechtschreibung. Ich freue mich schon mit Mino wieder erschossen zu werden. Ja, Selina, äh, kannst du vorausgehen. Ich freue mich auch immer, wenn Mino dabei ist. Ja. Zack. Huch. So. Ähm. Das ist so ein kleines Treppchen, wenn nicht schlecht, oder? Zack. So. Muss ja gut ausschauen, Freunde. Muss doch gut ausschauen. So, ich komme helmwärts. Nice. Ich hole mir jetzt noch mal schnell das, äh, ich baue hier in der Holzhütte noch schnell ein Lagerfeuer. Obwohl. Ja, doch. Oder ne, ich kann es ja, ich kann es ja... Aber wo ist denn jetzt die Tür? Und wo ist jetzt das Lagerfeuer? Ich bin nicht so verwirrt. Es war doch hier irgendwo. Hier sind die Kisten. Wo ist das Lagerfeuer? Setzt euch ans Lagerfeuer. Setzt das Lagerfeuer. Lied. Äh, L, A, G, E, R, F, E, U, E, R. Lol, lol, lol. Ähm. Ah, lol. Hä? Okay, never mind. Dann halt. So. Haben sie es vielleicht aufgenommen, Sir? Nee, eigentlich nicht. So, das kommt jetzt hier hin. Open. So, so. Turn on. Turn on the lights. Erstmal turn off, gell? Kenn mich da ja nicht so aus. In der Disco kommt es am besten halt, wenn du alle Lichter einfach anmachst. Naja, das ist für die Leute hier nicht so dumm. Ja. Und dann den Boden erst ziehst. Worauf du da eigentlich läufst. Will man eigentlich gar nicht. Ich wünsche euch allen jetzt schon ein frohes Ostern. Wünsche ich dir auch, Kevin. Du kriegst Rainbow Six. Oha. Not bad. Sehr cool, Kevin. Ich bin so schlecht in Rainbow Six. Ich auch. Unfassbar, ey. Ich hab's keine Ahnung, siebenmal, achtmal gespielt. Hab gesagt, das ist irgendwie nicht so meins, weil Shooter. Ja, und ein Shooter ist ja der Captain ultra bad. Ja, das ist anders bad. Shooter war nicht das Problem, sondern eher dieses taktische. Wenn du immer nur Call of Duty gespielt hast, kennst du halt nur eins. Ja, bei mir ist es mit Battlefield genauso gewesen. Und das geht da halt gar nicht. Da, 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 da. Der Typ hat schon ne Tagline, ich krieg die Tür nicht zu. Ich war halt am Looten. So, Kinders. Give me the fuel. 19 brauchen sie, ne? Ich glaube, warte. So, 31 hab ich. Ich hasse das jetzt schon. Warte, ich will jetzt auch was machen. Hab ich gut gemacht, oder? Hab ich das gut gemacht? Hup, schraube einen Satz. Okay. Okay. Warum löschen wir jetzt das Feuer? Shh, 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 shh. Ah. Nino rennt halt eiskalt rein. Verteidigt das Feuer, wir sind bei der Feuerwehr. Genau. Wir wehren Menschen vom bösen Feuer. What the fuck? Ja, jetzt wirst du irgendwie der Ostereier sammeln. Jetzt wirst du Ostereier. Nino, lass, bleib drinnen. Was? Nicht rausgehen? Aber dadurch kriegen wir krassen Shit, wenn wir halt was sammeln. Ja, das ist schon worth, eigentlich. Ist halt wirklich worth. Worth. Jetzt ist der rausgegelt. Jetzt sind alle rausgegelt. Ach du heilige, was ist das? Ist ja voll awesome. Vor allem im Dunkeln sieht man den richtig gut. Gut, dass ich einen Techlight hab. Ne, man sieht die halt echt gut, wegen dem funky Glitzern. Also, Mino, gleich nicht aufhören, die zu sammeln, weil mit aus 10 Stück kannst du einen Bonk sein machen. Ne, ich will es. Wir sind so tot. Wir sind gleich sowas von dem. Nö, er ist ein ganz friedlicher. Das ist mir noch nie passiert. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass nämlich die Eier zu irgendeinem Kekshaus führen. Zu einem größeren Ei. Steff sieht sehr amused aus, wenn er... Ja, ich hab irgendwie Schiss gerade vor dem Hubschrauber, deswegen. Nicht nur Steff. Ich schau gleich wieder in den Chat, Leute. Ich schau gleich wieder in den Chat, sorry. Wir müssen hier Eier sammeln, das ist ganz wichtig. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Hab ich noch 25 Sekunden? Ich glaube nicht so. Let's go. Jetzt kannst du das Silber-Eye-Crack-Open machen und da ist er ohne Shotgun. Ja, warte, ich muss jetzt erstmal wieder in die Base zurück, äh, bin ehrlich. So, was ist hier? Ich freu mich, achso, äh... Achso, achso, jetzt. Ja, nee, ich war jetzt nur ein bisschen... Ja, das ist das neue Update, Selina. Das ist das neue Update. Gibt immer so Events. Ich, ich, keine Ahnung. So, Mino, jetzt reden wir nochmal. Warte, oh mein Gott. Kann ich das... Oh mein Gott, what the fuck. Okay, warte mal, ich muss die Crack-Open, oder? Die Silberdinger. Ja. Guck mal, guck mal. Oh. Ne Chainsaw. Ey, das ist super geil. Und ne Double-Barrel-Shotgun. Und was mache ich mit den Eiern jetzt? Upgrade. Upgrade, dann kannst du daraus diese Bronze-Dinger machen. Und die kannst du auch noch beöffnen. Let's go. What the fuck is this? Was? Ey, ich krieg die Tür nicht zu. Ach du Heilige. Ich hab für Selina auch schon ein paar Ohren. Nice one. Okay. Well played. Gut. Dann haben wir ne Chainsaw. Was ist das? A Handmade Shell. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Ich brauch mal kurz Licht, Leute. Wo soll man den Steinofen hinbauen? Draußen. Auch draußen. Den kleinen. Den können wir doch dabei drin bauen. Den können wir dann immer wieder... Der macht, was du möchtest. Danke. Warum fragst du denn dann? Ne, ich meine innen wo? Erster Stock oder hier? Aber ich würde sagen, alles hier hin. Erstmal das alles hier unten. Okay. Außer Mino hat ne bessere Idee. Mino ist der cleverste von uns. Das stimmt. Mino ist der cleverste von uns. So, jetzt haut hier mal... Ein bisschen Stuff rein, hör mal. Oder ich nehm mal das Zeug damit. Dann machen wir das so. 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 Ich habe übrigens auch noch so ein zweites Osterköppchen gefunden. Dann turnen wir mal um. Nur falls ihr noch ein bisschen mehr Osterköppchen wollt. Okay. Soll ich denn die Eier dabei reinlegen oder soll ich die behalten? Hier sind schon Eier drin. Achter. So. Ja, dann würde ich sagen... Ja, aber jetzt wollen wir das ganze Stuff haben. Ich meine, eine Chainsaw und... Beziehungsweise... Ne, 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 ne... So ein Hammer. So ein Jackhammer. Hammer time. Können wir hier direkt loslegen? Ja, da würde ich gerne... Ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen Stein, würde ich sagen. Sobald der Hubschraubschraub weg ist. Osterwands sind nicht ungewöhnlich, aber ich habe es auch nicht erwartet. Ne, das stimmt. Das stimmt, Fistik. Ich habe es auch nicht erwartet. Ich war ein bisschen... Wo das erste Mal dieser Sound kam, war ich sehr verwirrt. Ja, Mino und ich auch. Wir wussten erst nicht, was wir tun sollen. Ja, vor allem das hört sich ja so psychomäßig an. Wie bei Deppet Daylight oder so. Dieser Hubschrauber nervt mich mit Dezent, ne? Was hast du für ein... Hä? Oh, er hat den Kurvbogen gekriegt. Oh mein Gott, ist das sick! Warte! Holy shit! Das ist ja... Oh mein Gott, du hast... Awesome, ich will auch so einen. Ich will ihn jetzt. Ne, 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 mach ruhig. Ich nehme die Pumpe. Ja, kannst du nicht den Bogen haben. Ne, 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 alles gut. Wie alle direkt an die Kisten gehen. Können wir die bitte ein bisschen geordnet halten? Da, hier, dann... Ja, jetzt am Anfang können wir die noch eh noch nicht so gut ordnen, weil wir noch nicht so viele haben. Bitte was? Wir haben noch nicht so viele... Siehst schon... Achso, jetzt haben wir zwei, okay. Du siehst, was ich hier gerade mache, ne? Ja, du baust schon mal los. Wer hat hier gleich mal random seine Pfeile reingeschmissen? Geil. Ich ordne das. Ihr könnt farmen und bauen. Ja, ich gehe jetzt... Ich müsste jetzt Stein farmen jetzt, ne? Kusch, kusch, Mino. Kusch, kusch. Ach, warte mal, ich leere mal kurz mein Inventar. Aber dann baue ich gleich die Hütte auf Stein aus. Warte mal, ich nehme schon mal das ganze Stein gezündet. Like, what the fuck? So. Holz-Hammer-Time. Muss man... Hä, wo ist mein... Ach, da. Okay, fangen wir mal an. Puh, das ist halt echt viel Stein, ne? Ich sag, wie es ist. Gott sei Dank haben wir nicht so groß gebaut, Dom, ne? War eine gute Idee von mir. Wir wissen aber, dass der Hebe hier immer noch über dem Ein-Monument rumschwebt, oder? Ja. Ja, ich stehe ihm auch. Hallo. 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 Ja, warte, nicht, wenn er auf dich ballert, stirb einfach, nicht ins Haus laufen. Obwohl er nettes, hallo Grund. Ich gehe jetzt ins Haus rein. Gut, 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 ja, ja. Ich hoffe, er hat dich nicht gesehen. Hallo, ich gehe mal auf den Haus. Ihr wolltet mit mir spielen. Ja, das ist true, das ist true. Das ist unsere eigene Schuld eigentlich. Ja. So, die Holztür schaut, dass ein bisschen wack aus sah. Ja, mach euch auf. Hallo, Edi. Oh. Wenn es funktioniert hat. Geil. So, muss man das jetzt rotaten? Ne, das ist schon die, oder? Ja. Okay, das ist die Innenseite, der passt. Gut, dann gehe ich jetzt mal schön Stein sammeln. Das Holz können wir jetzt, theoretisch brauchen wir nicht mehr so viel da drin. Das können wir jetzt für andere coolen Sachen benutzen. Mino, Schatzi, du bist ein bisschen im Weg. Danke. Danke. Also, ich sehe uns den schon, dass wir den kapern, ne? So Matrix-mäßig. Den Heli. Ja, ja. Klar. Runter Mino, runter Mino, runter Mino. Just a joke, es war just a prank. Ich weiß ja nicht, Freunde, ich weiß ja. Ich habe den Pilot gesniped, sag ich dir ganz ehrlich. Mit dem Bogen. Ja. Mr. Legolas. Ja. Kann er sich nicht einfach verpieseln, bitte? Ich würde jetzt Steinen sammeln. Please. Ich weiß ja nicht, was ich noch nicht habe, ich würde auch kein so ein Bunny Kostüm haben. Was gibt denn das eigentlich für Stats, die Bunny Ears? Die gibt Egg Vision. Ich glaube, dann kannst du diese Eier, die hier oben rumliegen, besser sehen. Was gibt denn das für Stats, bitte? 15% gegen Projektile? Ja, but why? Federn die zurück, oder was? Die Bunny Ears werfen das einfach mit zurück. Also der Overall Projektil 30%, Melee 30%, Byte 8%, Radiation 20%, Coal. 20% Radiation. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist balanced. Absolut. Das ist für die schon. Huch. Oh no. Hat jetzt jemand das Essen? Ich habe es gerade gefuttert, weil ich muss jetzt unterwegs sein. Hier ist es noch, ich habe Schokolade irgendwo reingetan. Ich meine, ich habe das jetzt erst mal angemacht, ne? Ich sage, wie es ist. So. Sonst hätte da ja keiner irgendwas, äh, ne? Haben wir noch genug? Ich könnte schwören, irgendjemand hat das Essen da auch reingetan und gejagt, also. Aber Steff hat es angemacht. Ich habe, ich weiß nicht, was du meinst. Ohne meinen Altour ist, sage ich jetzt gar nichts mehr so. So, ich gehe jetzt Stein jagen. Wo kann man hier am besten, gibt es hier irgendwo eine Mine? Warte mal, da hinten sieht doch gut aus. Hört der Mann überhaupt manchmal zu, oder? Das tut mir so leid. Das ist unfassbar. Echt jetzt? Also sorry, was denn? Mino ist sogar gerade in einem der Minion gestorben und du fragst, ob es hier eine gibt. Oh. Ja, wo bist denn du da gestorben, Mino? Du musst das jetzt nochmal drauf umreiten, oder? Danach ist er panisch von A nach B gehüpft. Ach, das ist das Sumpf, da gibt es keinen Stein. Wo finde ich denn die Mine nochmal? Mino, zeig ihm die Mine nochmal, sagt er. Also, спасибо. Du bist das Sumpf. Das ist das Sumpf. Also, tra, mit ihnen Schönenbeweg Usassend. ich schweiers das Sumpf und Freizeville. So, wie gesagt, sie raus.